Schuhe Orthopädie Geyrecker baut für Sie um. Es erwartet Sie ein komplett neu gestaltetes Geschäft mit vielen Kundenparkplätzen. Die Umbauarbeiten sind seit Wochen voll im Gange, doch sehen Sie selbst. Eröffnungswoche ist vom 2. bis 10. September mit der Chance, jeden Tag seinen Einkauf zurückzugewinnen. So wie die Chance auf einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro. Geyrecker, die gefallen mir.